Heyo zusammen und willkommen zurück zu der Löcher der Schlacht mit Leerde 2 aufsteckte Sexte. Königst du den Krieg mit dem Ort? Dü, dú, 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 dú. So. Aufnahme müsste laufen, alles schlupfen, pup, pup, pup. Sehr schön. Weiter geht's! Was feiten wir als nächstes? Ihr hättet gern was Einfaches. Weil die letzte Schlacht war... Die war fast so geil Wie die eine Schlacht in Ich weiß Ich weiß das Land nicht mehr Aber ihr erinnert euch an die Schlacht Eins gegen fünf KI Und ich hab zwei KIs vernichtet Und dann bin ich gestorben Mega geil Und die gingen glaube ich Eineinhalb Stunden oder so Ihr müsstet euch noch erinnern können Bin ich mir sehr sicher Ne 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 Ignorier doch die blöden Barge Die ignorieren Die interessiert niemand Flieg einfach los Okay Go 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 Vernichte alle Feinde Verblende sie Und sie sterben Der Drache Bum 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 Töte alles So Echt? Oh da muss er weg Uuuh Okay Ja aber jetzt hat er ja nichts mehr Das war seine Armee und das war's C ist okay für Stürmergriff Als Hotkey Ich muss mich beeilen Dass ich hier schnell reinkomme Hallo Stürmergriff Ah Uuuh So Abfangkommando Abfangkommando Bist du Ich weiß Das Auge Beobachtet uns Ja los So Schaffen die das? Wahrscheinlich ja nicht Boah Ne Halten sie es nicht wirklich durch So ich muss ausbilden Ist wichtig Dann bauen wir Klüfte Zwei Klüfte bauen Oh der hat schon Zeug So ist nicht Muss ich aufpassen Hoi Ich dachte hier halt mehr aus Aber es sind halt am Ende nur halb Trolle Und sterben recht schnell Hoho Hoho Hoffentlich werden die Klüfte bald fertig Das habe ich ein Problem Das könnte sie auch noch töten Ja haut sie einfach drauf Genau Boah Der hat hier schon Aber die Ja Ob ich bis zu den Spinnen Überleben weiß ich Knapp werden Könnte knapp werden Wow Der hat gar nicht so Schadenszeuges Oh wow Was hat der für ein Spam Groß Ja Der Gollum ist nice Kann ich aber nix mit anfangen Das ist das Problem Okay Dann kannst du angreifen Ja der Der Macht mich jetzt ein bisschen zurück Also der drängt mich ein bisschen zurück Aber der Rest wird dann schon Das wird dann schon Sobald ich das hier zurückgedrängt habe Ich kann ja weiter nach oben gehen So Na ich sollte das hier erstmal alles sicher Machen So jetzt ist er bei mir In meiner Verteidigung Und wird abgeknallt Und stirbt Das ist gut Die Reiter sind Buse Aber es ist Es geht Ich will sie halt wieder ausgerissen haben Meine vier Trolle Zwei Dingstrolle Und zwei Bumstrolle Und ich krieg ja Geld Durch das ganze Getrade Krieg ich ja Geld Das ist ja wie so ein Vorposter Quasi So Weiter geht's Als nächstes Baue ich dann hier Dings Schatzlager Oh So Wollen Das ist wel Der 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 Die Der hier gern wegballern die sind so merkwürdig aber ich komm halt kaum hin das ist sehr merkwürdig vielleicht werde ich es nicht hinkriegen sie auszurüsten wie es so weitergeht Alter, hör auf mir hier alles kaputt zu machen was soll denn das hier so aggressiv bauen wir mal ein paar Sägewerke Hallo? das geht ihr ab oh die Hobbits sind bloß die müssen weg die Hobbits die tun weh da komm ok nur ne 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 ne구나 ne 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 Das ist interessant. Aha. Das ist interessant. Oh Mann. Ah, ein reitender Fahrer. Auch interessant. Nicht kaputt machen wir. Lass das. So, der Baumeister ist tot, das ist schön. Ist auch vieles kaputt, das ist auch sehr schön. Wir greifen an. Kluft Spam habe ich ja so auch noch nie gespielt, glaube ich. Ist wahrscheinlich auch nicht gut, aber hey, die KI funktioniert. Halt jetzt. Ja, ist aber was, okay. Muss halt die Upgrades durchballern jetzt bald, ne? Das ist wichtig. Ja. Hallo. So, Feuerpfeile brauche ich nicht. Seltsam, das aus meinem Mund zu hören, ist aber so. Ja, das Tümpchen brauche ich glaube nicht. Ich könnte sie abreißen, aber ich baue jetzt einfach keine Moin aktuell. Aha. Sehr interessant. Der macht mir oben Zeugs kaputt, ich finde das nicht so heiß. Ah, der hat's nicht ganz gefinisht. Okay. So, wo geht's hin? Ah, da kommt noch mehr an. Oh, wow. Ja, wenn wir das töten, dann stimmt ja, dass du ganz normalen Lebenskrams brauchst. Ja, zieh dich mal schön zurück, genau. So, ich cast jetzt hier mal den Boden rein. Da kann ich halt ein bisschen was töten. Ja, aber das ist eigentlich egal. Ja, passt. Ist gut, schaut gut aus. Sobald ich das hab... Ja, geschmiedete Klingeln. Die kriegt die? Ja, das schaut okay aus. Hallo. Nur, bitte dort hin. Okay. So, die kommt noch raus. Wir fallen, wir fallen, wir fallen. Wir fallen, wir fallen, wir fallen. Wir fallen, wir fallen. Borch Foundation. Die behalten das. Schaut gut aus. Muss ich sagen. Aber das geht schon. Das letzte Upgrade kriegen sie auch noch bei. Doch passt. Die auch noch. Die Banderträger. Ja, bald kommt eh der Ball drauf durch, dann ist vorbei. bis geheftig nur hier ich jetzt er gibt auch perfekt aber ein schön kann man ja einmarsch reis damit gehört dies nur uns sehr schön und ich kann die trolle behalten also die halb trolle das ist aber sehr sehr gut der halt nicht aber der rest bleibt nice es wird langsam langsam wird's hey yo und vielen dank fürs anschauen des videos wenn ihr mich unterstützen wollt klickt einfach auf den daumen rauf button habt ihr irgendwelche wünsche feedback oder vorschläge lasst es mich in den kommentaren wissen ihr könnt außerdem meinen kanal abonnieren um kein video mehr zu verpassen ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien tag macht's gut ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020